Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich mal was ganz schnelles und einfaches kochen. Braucht man wirklich nicht viel für, ist aber total lecker und zwar Möhren-Spargel-Pasteten. Das ist ganz einfacher Blätterteig, wo oben dann grüner Spargel und Möhren noch mit drauf kommen. Unten drunter ist noch eine kleine Schicht Frischkäse. Ich benötige dafür natürlich heute einen Blätterteig. Ich nehme hier so einen fertigen. Das ist eine frische Truhe, also nicht tiefgekühlt. Dann natürlich grünen Spargel. Das sollten so zwölf Stangen sein. Das heißt pro Teilchen werde ich nachher drei Stangen auflegen. Entspricht etwa 250 Gramm. Dann noch mal Möhren. Die sollten auch ungefähr so viel, also zwölf Teilchen ergeben nachher. Auch mal so 250-300 Gramm. Dann habe ich hier den ganz einfachen Frischkäse, etwas Butter, einige Haselnüsse, etwas braunen Zucker, zwei Eier. Hier vorne liegt dann noch mein Werkzeug. Ja, Pfeffer und Salz dann noch. Und nachher noch mal ein bisschen Petersilie. Das wird nachher oben übergestreut. Als allererstes werde ich jetzt mal den Spargel unten etwas abschneiden, klein wenig unten schälen. Und genauso werde ich das auch mit den Möhren machen. Danach kommen sie dann erstmal in den Topf und werden ein bisschen angekocht. Als erstes schneide ich hier bei dem Spargel unten so ein Stückchen ab. Da war unten so ein Riss drin. Da wird das dann immer eher so ein bisschen trockener. Schmeckt nicht so richtig. Dann werde ich hier unten noch ein ganz klein bisschen schälen. Braucht man eigentlich beim grünen Spargel nicht. Der ist eigentlich schon so zart und hat so eine dünne Schale, Haut oder wie auch immer man sagen mag. Ja, das mache ich jetzt hier mit allen Spargelstückchen immer unten so ein Stückchen wegschneiden. Ja, man sieht es hier auch. Das ist hier relativ trocken. Ja, das muss man nicht unbedingt mitessen. Ist auch nicht so ein großer Verlust. Ja, ich mache das jetzt erstmal mit allen und danach sind die Möhren dran. Der Spargel ist geschnitten. Es geht also weiter mit den Möhren. Kopf und Spitze ein bisschen abschneiden. Alles einmal kurz zauber schälen. Ja, die sehen eigentlich so schon recht gut aus. Aber man hat doch immer so ein bisschen so ein paar Stellen dran, die nachher so auf dem Teller nicht mehr ganz so schön aussehen. Ja, das mache ich jetzt mit allen. Kopf ab, Schütze weg und schälen. Nachdem dann die Möhren geschält sind, werde ich sie noch mal halbieren und bei den großen werde ich auch noch mal vierteln. Ja, diese Teilchen, die kommen dann gleich ins heiße Wasser beziehungsweise in den Topf mit Zucker, etwas Salz und Butter und danach wird noch mal ein bisschen Wasser aufgegossen. Nur diese kleinen Teilchen hier, die halbiere ich einfach nur. Nur diese ganz großen, dicken werden geviertelt. Sollten nachher also auch möglichst zwölf Stangen sein, wenn es ein bisschen mehr ist oder ein bisschen weniger. Es ist auch nicht so ein Drama, das kann man nachher alles richten. In den Topf gebe ich dann als erstes die Butter. Das ist hier so in etwa ein Esslöffel. Lass das ein bisschen warm werden. Wenn das dann so ein bisschen warm wird, ein bisschen geschmolzen ist, dann kann auch der Zucker dazu. Verteile ich einfach so ein bisschen. Der darf jetzt so ein ganz klein wenig karamellisieren. Und nochmal ein bisschen in den Topf hin und her schwenken. Ich stelle jetzt auf kleine Flamme. Nicht, dass das zu stark karamellisiert. Wunderbar. Und jetzt gebe ich die Möhrchen damit zu. Die Möhrchen sollen jetzt, wenn dann das Wasser damit bei ist, zehn Minuten gar ziehen. Nach fünf Minuten, wenn das Wasser drin ist, und nach fünf Minuten gebe ich dann auch noch den Spargel dazu. Ja, das kann ich jetzt einmal ein bisschen durchschwenken, so dass überall ein bisschen vom Zucker und von der Butter mit dran ist. Jetzt kann man auch noch ein bisschen Salz dazu geben. Jetzt gebe ich dann auch einfach das Wasser damit zu. Das sind wir jetzt schon mal wieder aufs Groß. Jetzt stelle ich schon mal wieder aufs Groß. Ruhig nochmal ein bisschen durchrühren oder durchschwenken. So, die haben jetzt überall ein bisschen was von der Butter und ein bisschen vom Zucker mit bei. Jetzt gebe ich dann auch einfach das Wasser damit zu. Das sind jetzt so 75 bis 100 Milliliter. Also das braucht nicht viel. Das wird nur so ein bisschen gedämpft. Und dann kommt der Deckel drauf. Und nach fünf Minuten oder nach sieben Minuten gebe ich dann den Spargel mit dazu. Jetzt sind sieben Minuten vergangen. Die Möhrchen, die Wurzeln da fröhlich. Jetzt gebe ich hier auch noch den Spargel mit zu und lasse den jetzt noch so drei bis vier Minuten mitdünsten. So, jetzt sind die drei Minuten bei mir vergangen. Ich habe schon mal ausgestellt. Und jetzt nehme ich das Ganze hier wieder raus. Ich werde wieder in mein Schälchen hier rein. Und lasse das dann erst mal abkühlen. So, so sieht das dann aus. Hoppla. Das lasse ich jetzt wie gesagt jetzt mal ein bisschen abkühlen. Und in der Zwischenzeit werde ich mir die Frischkäsecreme vorbereiten, den Blätterteig ausrollen. Beziehungsweise vorher auch noch die Haselnüsse noch ein wenig klein hacken. Ich werde jetzt erst mal die Frischkäsecreme machen. Das sind jetzt hier 300 Gramm in so einem Päckchen. Ich brauche nicht ganz so viel. Ich denke mal so, das sind hier gute 200 Gramm. Das reicht völlig aus für vier Teilchen. Das mache ich mir hier einfach in meine Schüsselchen rein. Dann gebe ich noch ein Eichen dazu. Also nur das Eigelb. Das reicht mir hier schon mal getrennt. Und dann kommt noch Pfeffer dazu. So, und das Ganze rühre ich jetzt hier schön gut durch, dass es eine gleichmäßige Masse gibt. Sollte das jetzt noch ein bisschen fest sein, dann kann man da einfach noch einen kleinen Schuss Milch mit angeben. Es braucht nicht viel sein. Nur so ein klein wenig. Ja, so ist jetzt die Konsistenz eigentlich recht gut. Das kann jetzt so bleiben. Ich stelle jetzt erst mal zur Seite. Ja, und mache mir dann hier schon mal ein bisschen Platz für den Blätterteig. So, den rolle ich mir hier aus. Ich nehme halt immer diesen fertigen Blätterteig. Man könnte das sicherlich auch selber machen. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand. Und ich mache das dann einfach mal auf die Schnelle vom Discounter so ein Päckchen. Ich glaube ein Euro oder noch weniger sogar. So, davon schneide ich mir jetzt vier gleichmäßige Stücke. So etwa gleichmäßige Stücke. Das werde ich mir jetzt noch so ein bisschen die Ränder mit Wasser einfach ein bisschen bepinseln. Dann klebt das nachher ein bisschen besser. Ja, die werden gleich einfach nur umgeschlagen. Und dann kommt da schon die Frischkäsecreme rein. Und der Spargel und die Karotten. So, und dann können die Kanten so ein bisschen übergelegt werden. Ich nehme hier mal so ein kleines Silikonmesser so zur Hilfe. Das lässt sich immer ganz gut machen. Ja, so ein kleines bisschen hier so einrollen von allen Seiten. Wenn die Teigchen dann alle so einen Rand gekriegt haben, dann werden die jetzt noch mal ein bisschen mit Eigelb eingepinselt. Da habe ich jetzt noch anderthalb Löffel Teelöffel Wasser mit zugegeben. Ja, das gibt nachher so ein bisschen Farbe. Das einfach hier so über den Rand drüber streichen. Ja, da kann ruhig auch ein bisschen was mit rein gehen. Das macht gar nichts. Und als nächstes gebe ich dann jetzt hier diese Frischkäsecreme rein. Ich rühre die noch mal ein bisschen durch. Könnte fast noch ein bisschen dünner sein. Und die verteile ich dann innerhalb des Randes. Ich habe ja heute hier so einen ganz neutralen Frischkäse genommen. Es schmeckt auch super, super lecker, wenn man das Ganze jetzt mit einem schönen Ziegenfrischkäse macht. Ja, das mag aber nicht jeder. Ich habe heute Gäste, die das nicht mögen. Insofern habe ich mich daran gehalten und habe halt diesen ganz normalen, neutralen, preiswerten Frischkäse genommen. Ja, dort kann man sich einfach auch mal hinlegen. So ein Päckchen Frischkäse, ein bisschen Blätterteig. Es muss ja auch nicht unbedingt grüner Spargel und Karotte sein. Da kann man also auch anderes Gemüse drauflegen. Das schmeckt auch immer ganz prima. Das ist ein toller Snack so für zwischendurch. Auch vielleicht schon für die EM. Wenn man einen Pausensnack sucht, ist das hier eine schnelle Sache. Man kann das ja schon so ein bisschen vorbereiten, indem man den Spargel und auch die Möhre schon so ein bisschen vorbereitet. Der Teig ist ja hier relativ schnell ausgerollt. Wenn man das auch vorbereiten will, dann legt man einfach ein Handtuch da oben drüber. Dann trocknet der auch nicht aus. Als nächstes gebe ich dann jetzt hier meinen Spargel und die Möhre drauf. Das ist alles gut abgekühlt. Ich fange mir nochmal außen mit einer Stange Spargel an. Dann kommt Möhrchen. Und dann wieder eine Stange Spargel. Und wieder Möhrchen. Und nochmal Spargel. Das Ganze ruhig so ein bisschen in die Creme rein drücken. Und nicht zu dicht an den Rand machen. So, ich habe das Ganze jetzt hier schon mal aufs Rost drauf gegeben. Man kann es natürlich auch auf dem Blech machen. Ich mache das jetzt in die untere Stufe vom Backofen bei 200 Grad etwa 12 bis 15 oder auch 18 Minuten. Man muss immer mal gucken, wie dann der Rand so aussieht, wie es aufgegangen ist, der Blätterteig hochgekommen ist. Ich schiebe das jetzt in den Backofen rein. Während die Teigchen jetzt schön im Backofen sich aufwärmen dürfen, mache ich mir jetzt hier mal noch eine kleine Petersilienmischung. Das heißt Petersilie und Haselnüsse. Als erstes gebe ich mal hier so ein bisschen die Petersilie rein. Und mache die einmal ein bisschen klein. So, dann gebe ich hier noch die Haselnüsse dazu. Ja, das waren jetzt hier so 15, 20 Stück. Also sehr viel mehr braucht man nicht. Dennoch ein ganz klein wenig Salz. Ja, grobes Salz. Deckel drauf. Und nochmal schön durchmischen. So, das reicht dann schon. Das braucht bloß grob sein. Muss man nicht besonders fein machen. Das streue ich dann nachher über die Teilchen nochmal drüber. Ja, so sehen die Teilchen jetzt aus. Ich werde die jetzt rausnehmen und dann werde ich sie anrichten. Ich richte das einmal auf dem Teller an und einmal auf dem Holzbrettchen. Da kommt das große Teilchen hier drauf. Und auf dem Teller gebe ich zwei kleine. Und dann kommt jetzt hier nochmal ein bisschen von meiner Petersilie und Haselnuss dazu. Das streue ich einfach hier so ein bisschen nur rauf. So ein klein wenig oben und so ein bisschen auch nochmal nebenbei. Ja, das ist gewollt. So, hier auch nochmal. Ja, das schmeckt wirklich lecker. Ist schnell gemacht. Ist wirklich erfrischend für den Frühling genau das Richtige. Und wenn man sich das vorbereitet, geht das relativ schnell. Und man muss auch immer daran denken, es muss nicht heiß gegessen werden. Ja, es schmeckt auch wunderbar, wenn es dann schon kühl ist. Einfach so aus der Hand. Ganz feine Sache. Ja, ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachkochen oder Nachbacken in diesem Fall. Immer einen guten Appetit. Und würde mich super doll freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.